Einschlafen Unterhaltung und ein Leben an der Oberfläche sind Techniken, die das Leid der Unwissenheit erträglicher zu machen versuchen und es nicht vollständig zu konfrontieren. Es ist Hinausschiebung. Denn aus der bewussten Konfrontation mit der Unwissenheit würde ein ungeheurer Impuls zum Aufwachen entstehen. Wir sind nicht geboren worden, um unser Leben in der Engheit dieses Ich in dieser Begrenztheit zu verbringen, sondern durch die Begrenztheit hindurch von Wahrheit berührt zu werden. Auf diesem Weg schlafen die meisten Menschen ein, was einen natürlich hindert, die Dringlichkeit des spirituellen Pfades zu erkennen. Diese Dringlichkeit zu spüren ist Zeichen von innerer Transparenz und Zugang zum fühlenden Wesen. Sie nicht zu spüren ist Hinweis dafür, dass ein Mensch Gefühle stark unterdrückt, sein fühlendes Wesen ausblendet und betäubt mit einem unbedeutenden Substitut in der äußeren Welt.